moin moin liebe final fantasy freunde möchte das ganze jetzt einführen dass wir vorm stream immer so ein kleines ankündigungs video machen geht doch immer ganz schnell wir sind gleich ab 20 uhr live auf twitch wir wollen den dunkelritter eine meiner lieblings klassen auf 50 bringen und dann geht's mit der story weiter in final fantasy 14 heavens wort wenn ihr bock habt den abend mit uns zu verbringen kommt gerne rüber auf twitch dort sind wir auch der mikes link in der video beschreibung weil sie es einfacher haben wollt ich würde mich freuen euch zu sehen können wir ein bisschen zusammen schnacken zusammen stehen und hoff nicht eine ganze menge spaß haben ansonsten euch einen schönen abend und einen angenehmen start in die normale woche jetzt wo der feiertag rum ist macht's gut